Ich bin Pastor Henry Hildebrandt. Ich will den Tisch finden, was ich mitgebracht habe, und was wir von der Sommers heute machen, im Gottesdienst. Es ist ein sehr dankbarer Fähre, wie die Jelenheit haben, und es ist immer noch etwas zu versorgen. Wir können immer noch am Parking-Lot versorgen. Meier und meier Jelenheit haben, dass wir dort ein Jahr zurückkommen, und wir haben dort eine Erfolge geblieben, wenn wir in Nennhagen haben. So, was wir von der Sommers heute machen, in Epheser Kapitel 2, Vers 2, wo wir reden von den Jästen, die in dieser Welt herrschen sind. Wir betrachten von der Sommers, mit was wir das jetzt tun haben. Jesus, der da ging damit an, was in seiner Zeit wir haben, Paulus hat damit zu tun, was in seiner Zeit wir haben. Und jetzt ist es 2020, und wir sagen, was wir jetzt in einer Zeit haben. Und woran wird jetzt besonders jetzt, dass wir in 2020 noch einmal frisch wegen diesem Corona-Virus. Und ich wollte noch einmal frisch hier sagen, dass wir in Töneweich nicht sagen, dass wir nicht warten, dass wir nicht sagen, dass das nicht streng ist, dass es, wenn Menschen dort haben, das kann sogar sein, dass Menschen dort gestorben, sterben dort, dass das andere Jahre auch passiert ist, dass Menschen dort sterben dort. Aber was uns hier sehr abfallen ist, dass das gehandelt wird, dass die Dumme ankommen. Dann immer war er frisch, immer war er frisch, sei wie, was von gewollten Unentscheid gemerkt wird. Die Menschen, die allgemeine Menschheit, die Menschen dort sind, so und so viele Sachen, bis sie taub sind, oder die können nicht reisen, oder die können nicht über die Grenzen, oder was auch immer. Aber sei wie ich, der richtige Menschen, dann ist kein Trubel. Und wir haben kein Haus gegen die richtige Menschen. Alles, was wir sagen, ist, worum wird das eine große Unterschiede gemerkt. Das ist dieses Werk, hier in Kanada, hier in Ontario, für die Ballspieler, dass alle taub sein können, die können Ball spielen. Oder im Park, die können ja im Park spielen, also dort sollen nicht, und da sind sie nervig. Über das allgemeine Volk sind sie sehr nervig. Oder der Rekke, der kann mit ihren Privatjets, der kann mit ihren Jets haben drei Fläger in Kanada, und wenn da nicht viel geht. Aber der allgemeine Menschheit hat das ein bisschen so, als wenn wir drei niederuhten sind, wenn wir uns Glügerie denken. Ich weiß, wie weit ein Jahr, drei, wo wir das glauben werden, wo wir das angekommen werden. Und von der ersten Tag, in der Welt, hat sich das Bild bloß ein bisschen gedreht, und wir wollen gerade mit das alles, und merken, dass wir eine Maske abhaben, wir sollen an das Fernmühl, die wir gebungen haben, oder für die Nase, und das wird einmal ein Bild, das ist nicht sehr wichtig. Und einer fragt sich, wo wir drei Monate laufen, wo wir am Anfang sehen, dass das wichtig wird, wenn das Fernmühl vergebungen haben, oder eine Maske anhaben, oder eine Maske anhaben, wo das noch sein soll. Wir könnten das wieder nennen, wie sollen dort immer wieder frisch kommen, und die wollen einen großen Unterschied machen. Wenn das Coronavirus so tödlich ist, wenn es so gewaltig, sehr gefährlich ist, als sie sein, wird wieder nicht mehr davon sein, wird wieder nicht mehr davon erworgen, dass ich sage, weil jedes Jahr besonders ältere Menschen sterben, jedes Jahr immer wieder frisch, und das Wanken, was da rum geht. Was die sollen, was die uns nicht geben, ist, was weit besieht, von was sie das nennen, was sie sein, und was das in Wahrheit soll sein. So, für uns als Christen, die lernen wir uns gerade, was die in Wahrheit ist. Vielleicht sind sie in Kalifornien, die Menschen können nur drei in die Kirche nennen, 20% von dem, was sie nennen können, nun können sie 20% oberen, so sie werden nicht gehen im Gesetz, die können nicht singen. Dort hätte sie sich einfach sehr, sehr aufgeschoben, nicht? Was denken die, so Kirche, so wir sollen in die Kirche sein, und wir sollen nicht singen. Ähm, einmal war erfrisch, so wie dort, die wollen mit Gewalt sein, die Christen, die Verrachten, das Reichweite haben, die wollen da das Zeug beachten nehmen. So, wir sind ganz entschieden, wenn wir in die Kirche sind, keine Rede von dem die sie nicht singen wollen, ähm, dass es einfach das verratete, was wir haben, das Gehirte durch die Leute, das Gehirte sich einfach durch die Leute. Sicher, wir wollen abhauen, wenn der Krank ist, der sollte dann nicht in die Kirche kommen, oder reihenwachen, oder empfehlen, oder immer erbrückt. Wir wollen so versächtig sein, als wir keinen, und dass wir uns wollen von dem System von dieser Welt, von den Gästen in diese Welt, Wir wollen uns nicht regieren, sie wollen uns nicht sagen, sie können nicht sagen, sie können nicht sagen, sie können nicht beten. So dass das nicht steht, wollen sie immer bis immer wieder wählen und an das immer mehr Ding auf sein. Wir wollen überhaupt nicht so, wie man dort mitgehen kann. Aber das andere, wo die ganze Welt hier impfen wollen, haben sie sich ein bisschen verregt. Sie haben dort nur gesagt, wie viele Menschen, die wollen da gehen, wie viele da sind. Und das versteht der Doktor, der sieht, wir haben noch ein Teil Arbeit. Und er sieht, die Menschen, die meinen, es war noch lange nicht aufhören, dass alle Menschen sollen geimpft werden. Und dann wird das immer. Das geht an Billionen Dollar. Das geht bloß an eine große Geldmerkerie, was dort anbelangt. Und es gibt Menschen hier in Kanada, wenn sie nie freu und sagen, wie viele Menschen da gehen werden, wie viele da fair werden. Und über ganz Kanada werden 40% Menschen, die dort ganz die gehen werden, dass alle man sich impfen lassen soll, dat soll sich impfen lassen. Das sind so ein Ding, wo die... Da haben wir einen Reich, einen Reich in den Freiheit. So eine Ding ist, dass ich selbst wähle, was mit uns getan wird. Das, was die Menschheit sich so abonnern hat. ist. Wo sie nehmen die anste Ding, weil immer bloß ist das so wach, so es war nisch es. So die Menschen drehen sich die Seier immer ab und dazu dann den Mann wird immer Ruherspecken. So, wir wollen mal sein, wort es wieder gehaft, woran wieder du verbeten, dort Gott muss ihn wachhandechtet, oder ob er sich das dann ein bisschen mithalten kann, mit wort wir hier beleben, wort es hier ist. So, dann wünsche ich den Gottes Sein in den Schein-Dach.